Joa, weil heute Weihnachten ist, was gar nicht ist, ist mir auch egal, geht's weiter mit der Matt Giazun One, äh, Dr. Eggmans Geheimbranche, ja, und die ist bekannt, ist mir bekannt aus Sonic the Hedgehog 2, ja, äh, irgendwie kenn ich die noch und ich kann euch sagen, äh, die war völlig scheiße in Sonic 2, ja, die war völlig kotze, aber, äh, hier ist sie aufgemotzt worden, und ich denke mal, da werden wir ein bisschen was von haben, so, wutschalalalala, und weiter geht's hier in die guten Spielfreunde, noch eine gute, äh, Luigi, müssen wir noch nehmen, eine grüne Sonic, die heißt denn Luigi, ne, oder vielleicht auch, äh, Kretze Luigi, mal sehen, müssen wir uns denken, aus, eine, ah, genau, hier, diese Stelle ich kenne, genau diese Stelle ich kenne, aber nur von hören sagen, nicht von sehen, ich habe keinen Plan, und das war genau das, was wir wollen vermeiden, so, ja, die Kretze Luigi präsentiert euch heute, äh, wieder mal Durchfall von die gute Seite, so, ja, das war Luigi, soweit heute, so, äh, es wird natürlich jetzt hier erst einmal weitergehen, ich hoffe, wir werden hier erfolgreich sein, das sieht mir hier leiden, ja, äh, genau, euch kenne ich noch, euch kenne ich noch, diese Sterne sind Pornoscheiße, nur Scheiße, wer diese Sterne mag, ja, der hat ein kurzes Glied, ehrlich, wer diese Sterne mag, der hat kein Glied, so, was haben wir da, ah, kein Chaos Emerald, den wir uns holen können, dann müssen wir 50, ach ne, das geht ja hier gar nicht bei den Checkpoints, stimmt, das geht hier bei den Checkpoints gar nicht, Das war alles anders, und, okay, und, botch, okay, und ab in den Teleporter, mal gucken, wo wir hin teleportiert werden, vielleicht werden wir jetzt ganz, ganz, ganz schnell in eine bunte Welt des Verzauberns, Oh, nein, 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 nein. Aua, weg da von dem Scheiß. Da habe ich keine Lust, mir Aua zu machen. Nein. Für alle die, die auf Schmerzen stehen. Das da war gerade nicht gut. Nein, das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Aber ist egal, wir kommen hier durch. Und ich sage euch, schieß ab, du blöder Stern. Ah, gut, und tschüss. So, diese Zusammenpresspappe hier bei Sonic finde ich super böse. Ich sage es euch so. Ah, und das finde ich noch böser. Das finde ich noch viel böser. Geh hoch. Das finde ich noch viel böser. Und außerdem habe ich damit überhaupt nicht rechnen können. Ja, wer soll denn damit rechnen? Und damit. Wer soll denn damit rechnen? Verdammt. Wer soll denn damit rechnen, dass das da so ist? Und zack, 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 zack. Zack die Bohne, zack die Bohne, zack und zack und tot und fertig. So, so soll das sein, Freunde. Es soll Spaß bringen. Es soll Action sein. Es soll nicht immer das Standardgelaber werden. Nein. Es soll dein persönliches Hobby werden. Okay, das bringt nichts. Wie soll man denn das machen? Da hängt man doch nur fest. Da hängt man doch nur fest. Da hängt man doch nur fest. Da hängt man doch nur in der Tropfsteinhöhle. Und wir sind tot. Und wir sind tot. Wie schön. Wie schön, dass wir diese Zone jetzt überhaupt nicht packen. Dr. Eggmans Geheimbasis ist also... Scheiße. So, und zack. Ich würde gerne wieder da hinkommen, wo ich gerade war. Ja, da würde ich gerne hinkommen. Aber irgendwann muss das Level ja auch mal zu Ende gehen, ne? Das kann ja nicht angehen, dass das... Äh, 10 Jahre geht hier, oder? Wieso geht das nicht? Das kann ja kein Mensch schaffen. Da muss man schnell sein. Verdammt. Ich mag schnell sein in diesem Spiel nicht. Hallo? Hallo, Betrug! Das ist Betrug! Fuhlschiebung, Betrug! Weiter geht's. Vorhin waren wir besser, ne? Das muss man jetzt aber mal so feststellen. Und... Zack. So. Da müssen sie einem aber auch irgendwie so büffen. Helfen, oh. Das hier ist kacke. Ups. Aha. Wie macht man das denn am besten? Das ist doch überhaupt nicht möglich! Das ist doch überhaupt nicht möglich! Ja, ne. Mal bist du da, mal bist du nicht da. Was denn nun? Ne? Das ist ja überhaupt nicht möglich da, der Scheiß! Wer soll denn das können? Ich? Da muss man ja studieren für! Das geht ja genau dann runter, wenn wir loslaufen! Hallo, Realität! Hallo, Realität! Realität, wo bist du geblieben? Ja, nö, 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 Das ist, glaube ich, erst das erste Level von dem Scheiß hier. Das ist erst das erste Level von dem Mist. Verdammt nochmal. Wie soll man das denn machen? Kann man auch anderswo lang? Ja, nee, ist klar! Alter, das geht ja mal janisch. Das geht gar nicht. Ja, schön bescheißen. Mal stachelst du, mal nicht. Du weißt auch nicht, was du willst, ne? Aber immerhin kriegen wir hier Ringe. Immerhin kriegen wir hier Ringe! Und ich will jetzt wissen, ob es einen anderen Weg gibt. Kann man da nicht unten irgendwie lang? Nö. Das heißt, man muss die Scheiße hier machen. Ich habe noch eine Idee. Okay, das bringt also auch nichts. Wie kommt man denn da schnell durch? Hm? Aha. Ja, jetzt aber bitte mal irgendwo ein Save-Point. Nee, oder Ende. Ja, wir haben den Höllen-Trip geschafft! Alter! Ach, das war Act 1, Leute! Wir werden Act 2. Genauso. Da freue ich mich ja jetzt schon. Yeah, da freue ich mich ja jetzt schon. Merkt man die Freude? Ähm, gut. Wie es weitergeht hier bei Let's Play Sonic 4, der Hedgehog 4, Episode Number 1. Werden wir sehen in... Was im Kommen der Zahnradfalle? Oh nein. Ja, wir werden es sehen, Freunde. Das wird... Lustig. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen!